Herzlich Willkommen zur Mixed-Zone mit Claudio Pizarro. Ich habe nicht so eine gute Lage momentan für die Bambi, aber in München, wo die Champions-League-Pokal ist, in der Bundesliga-Platte und so weiter, da wird der Nebenzeit. Ich habe es gesagt, dass es für mich eine Ehre ist, das zu bekommen, als Fußballer natürlich auch noch, weil das eine sportliche Anerkennung ist und etwas Besonderes für mich. Ich habe sofort danach mit Penelope Krüster ein bisschen gesprochen, natürlich Spanisch und sie auch gratulieren. Dann habe ich mit Nico Rosberg auch ein Foto gemacht, ein bisschen gesprochen mit ein paar Comedien, die da waren. Auch die Namen, ich erinnere mich nicht, Luc Mordrich oder so. Dann habe ich auch mit Goldschak ein bisschen gesprochen, mit vielen habe ich ein bisschen gesprochen da, weil da waren wir auf der Bühne, haben wir ein Foto zusammen gemacht und ja, war etwas Besonderes. Wie gesagt, ich habe da nie gedacht, dass ich werde in so eine Situation kommen. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich super interessant. Ich habe mich sehr, sehr gerne gemacht. Das hat mich schon mal gemacht und ich habe mir nicht gehört, dass ich ihn einfach hören kann und ich Ihnen nicht gerne bin. Ich habe mich nicht so, wie ein Foto in den Moment. Ich habe ein Foto in einer neuen Spielen gelernt. Ich habe mich sehr gerne gemacht, dass ich in der einen Foto in der Saison kommt. Ich bin da auch viel Spaß gemacht und ich finde, ich bin mir. Ich bin mir aber auch immer wieder auf dem Golf. Untertitelung des ZDF, 2020